Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge One-armed-Cook Ja, das lustige Spiel Lass das Wasser nicht laufen Ich hab's hinbekommen, dass das Quer ist, dass das normale Auflösung ist Ähm Ja, so habt ihr das Spiel jetzt so wie es ist Okay, wir sind wieder in One-armed-Cook Und ja, was wollen denn die Mit dem Melonyashi Hallo Und ja, das ist ein lustiges Game und wir dachten Ja, das kann man ja immer mal so zwischendurch spielen Und dann machen wir das mal Zwischendurch Zwischendurch oder hauptsächlich Ein größeres Projekt als Minecraft Ecke fehlt, ja, okay Äh, ein Würstchen Äh, das Würstchen mache ich Okay, dann mach ich das Würstchen mit dem Brot Geh mal weg Entschuldigung Nein, mein Teller Ich hab keine Würstchen mehr Wir spielen normal, oder? Boah, wieder Äh, normal Okay Ich bestell Würstchen Haben wir noch Brot? Ja, mach das Äh, Brot haben wir noch Ich bestell mal beides Äh, ja Mach das So, was wollt ihr denn haben? Äh, auch Brot mit Würstchen Müsst warten, bis die Bestellung da ist Mh, kann ja schon mal alle Brötchen frittieren Vor allem frittieren, ne? Hier sind die Würstchen Boah Das ist Brot Das ist Brot Würstchen sind hier so Hab ich hier hingelegt Achso Ich weiß ja nicht, wohin damit Ne, du passt schön auf, dass hier nichts anbrennt Hä, ich? Ja, du Ich pass grad auf mein eigenes Wissen auf Hä, ich kann mein Würstchen ja aufgeben Alter Äh, weißt du, ich hab immer Ich hab immer diese Bugs Dass ich halt, ähm Mein Teller Dass ich halt Ja Ja Ey, der hat sich jetzt beschwert Das war nicht meine Bestellung Ey, beschwere dich doch nicht Du hast zwei Würstchen gekriegt Statt eins Oh, im Preis von einem Alter Undankbarer Ja, ich hab, ich hab immer die Bugs Dass ich immer aus dem Game fliege Und er hat immer die Bugs Das Ja Und er hat immer die Bugs Dass er Dass er Lass mich durch Du Ey Der hat immer die Bugs Dass er sich irgendwie Dass er die Würstchen ja auch aufwirken kann Halt mir ein Lied ein Die Hitbox glaub ich so komisch gemacht haben vielleicht Achso, du wirst nur ein Würstchen Warum hast du nur Warum hast du denen noch keine Würstchen Alter Wegen dir ist der jetzt gegangen Hä Ich könnte ausflippen Wo ist denn jetzt der Teller Also hier ist ein Teller Ah, es brennt Ähm, Hiesi Rum, Hiesi Hä? Wo ist der Vollerlöscher? Irgendwo hier Was hast du getan? Ah, da Alter Alter, ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn doch nicht Okay, ich mach ihn Ich kann nicht Ich hab ihn Ich hab ihn Du machst das Hab ich gehört Äh, ja, ja Ich kümmere mich um den Feuerlöscher Ich hab ihn Unser Problem gerade Ich glaube Äh, ich hab ihn Ich kann mein Brötchen gerade nicht loslassen Was passiert, wenn ich den Feuerlöscher rauswerfe? Ja Es geht gar nicht Weil ich bin schon einfach schneller als du Äh, was willst du? Ein geschnittener Hautock und ein Würstchen Äh, das Würstchen ist fertig Kriegst halt mal einen dreckigen Teller gut Ist mir jetzt eigentlich relativ egal So, er hat sein Würstchen Alles auf dem Herd? Naja Das Würstchen Ach hier Junge, pass auf, dass du dich anbrennst Ach Äh, ach Quatsch Junge Wir haben Äh Brennt doch schon wieder alles Ja, wir sehen nicht, wo wir Geld haben Doch, Buch 114 Ach so, hier 114 So ein Wolltest du mich gerade beleidigen? Junge Das brennt Acht Achtet doch mal Nee Wenn du schon so viel draufknallen tust So, was wollt ihr eigentlich haben? Ah, hier, der will ein Würstchen Hier, bekommst du Heute ist dein Glückstag Was ist ein Glückstag? Könntest du das mal lassen? Das Messer muss gesäubert Aber ich krieg das Messer nicht in die Spüle rein Jetzt Ähm, okay Das muss gewaschen werden Die Fresse 150 Sekunden Wie, 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 okay Ich würd sagen Ich würd sagen Ciao 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 Du hast jetzt lange gebraucht Ich weiß Ja Ich muss erstmal realisieren, dass du was von dir bist Müssen wir an einem Feuerlöscher ruhe lassen Ja, nein, ich will den ins Gefrierfach Dort gehört er nämlich hin Nein Doch Ja Ich hab's geschafft Ey Das gehört alles da rein Ja Ja Ich hab eine neue Methode entwickelt Warte mal Können wir somit auch die Kisten da rein tun? Neue Rattenfalle Das ist unser Haus der Ehe, mach doch die Tür Nein Die Ratte haut noch ab Die Ratte haut nie mehr ab Nein, die Ratte So Jetzt mach den Bunker auf Schade Informationen zu Minecrafts Base Das ist natürlich jetzt ganz ganz kritisch Es gibt aber ein paar technische Probleme Nicht meinerseits und auch nicht Melonioshysseits, sondern andererseits Jetzt schießt das wieder auf mich oder was? Ja Junge, hab ich mich erschrocken Ja 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 Ja